Wichtiger Tagesimpuls, Lichtwegimpulse Atlantis, Clarissa, M-Seite, ganzes Video auf YouTube-Kanal. Hier die Botschaft. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Ja, alle Friedensmacher, alle Friedensbewegungen sind gesegnet und sie werden gerufen und genannt als die Kinder Gottes. Und hier die Botschaft. Ist ja das schon eine Botschaft, soll ich sagen. Stimmt. Ja, und ich hatte heute, und schon wieder kommt der Schlüssel, und das ist der Schlüssel. In den Frieden gehen. Das ganze Video bei der YouTube-Kanal, Clarissa M.Seite. Das ist die Botschaft. Jetzt bekommen wir diesen Schlüssel ganz bewusst in unser Bewusstsein hineingesegnet, sage ich jetzt mal. Weil programmiert, das ist immer so eine Steuerung, und dem entspricht es nicht. Sondern wir sind ja hier auf Erden gekommen, um einen besonderen Auftrag zu erfüllen. Und ich hatte gestern Nacht schon um 1.01 Uhr diesen Wake-up-Call bekommen. Ich schreibe es auch ganz ausführlich nochmal in die Infobox auf YouTube hinein. Und pin es immer als Text unten im YouTube-Kanal unter den Kommentaren hinein. Bitte gerne kommentieren, liken und abonnieren. Und hier nochmal die Botschaft. Wir bekommen diesen Schlüssel jetzt an die Hand, aus unserem Herzen heraus, den Frieden, die Liebe und das Licht hinaus senden. Wir sind alle aktiviert. Wir haben alle diese Schöpferkraft in uns. Und ich hatte heute Nacht wieder den Auftakt um 1.44 Uhr mit den Engelszahlen. Dann ging es los um 4.04 Uhr, um 5.05 Uhr, um 7.07 Uhr, um 8.08 Uhr. Und dann bin ich aufgewacht. Also habe um 8.08 Uhr auf die Uhr geschaut. Also es ist ein absoluter Wake-up-Call. Jetzt in Allerheiligen, Allerseelen, der November, der Nummer 11 der Allerheiligen, Allerseelen, den gerechten Platz einzunehmen. Und der Schlüssel wurde uns überreicht. Der wurde aktiviert in uns, diese Strahlkraft der Liebe und Licht aus unserem Herzen heraus auf Erden zu senden. Im Kollektiv, im Gebet, im Miteinander, in der Stille, während des Schlafs, während der Träume. Die Seelen sind mit uns, die Ahnen sind mit uns. Wir werden jetzt auf den rechten Pfad geführt, den rechten Platz einzunehmen, uns aus alten Dogmen, Verstrickungen, Glaubenssätzen, Manifestationen zu befreien. Die 3.3. Und ich habe es auch nochmal geschrieben. Und jetzt haben wir 3 Minuten 33. Also das sind die Zeichen schlechthin. Wir sind jetzt heute am 12.11. Upside down and inside out. Also verkehrt herum und von innen heraus. Erkennen wir genau diese Schöpferkraft in uns. Und sehen die Dinge mit anderen Augen. Und genau so ist es. Mit anderen Augen, voller Liebe und Licht, werden wir gesegnet als Friedensmacher, als Friedensbringer. Und wir werden gerufen und wir sind auch gerufen als die Kinder Gottes, die wir sind. Namaste und einen wundervollen, wundervollen Tag in dieser Kraft, Liebe und Licht. Namaste und einen wundervollen Tag. 4 Minuten 44 in dieser Engelskraft, in dieser Ahnenkraft, in dieser Seelenverbindung hier auf Erden. Gerne dazu meine anderen Videos und auch die Audios gerne anhören, die ich schon vor Jahren aufgenommen habe. Namaste, Claire 0 0 0 Untertitelung des ZDF, 2020